So, hier mitten im Prater wird ein neuer Burger King eröffnet. Seit heute begrüßen wir alle, die es so super und toll finden. Der Burger King im Prater. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind das mit mir und wir sind da, da wir nur noch mit der Kugel nie im ihres Das war's für heute. 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 Das war's für heute.